Hi, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video von mir, allerdings noch kein richtiges Video wie gewohnt, sondern nur ein kleines Update-Video, wo ich so die letzten Wochen alles war. Außerdem gibt es noch ein Gewinnspiel, das heißt, ihr könnt mehrere Sachen gewinnen. Das heißt, ja, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Ja, wo war ich die letzten Wochen? Ich war wirklich sehr viel unterwegs am Filmen außerhalb von YouTube. Ich hatte ein paar Aufträge mit der Agentur Gedankenwerk vom Sascha vom Kanal Gadget Stage. Wir haben unter anderem für Canon gedreht, wir haben für die Telekom gedreht. Dann war ich in Amsterdam und in Zürich für Musikvideos. Das war auch ein relativ großes Projekt. Außerdem war ich noch beim Fusion Festival, privat natürlich, habe dort einfach mit ein paar Freunden meine Zeit so ein bisschen genossen. Das war auch mal wieder an der Zeit, also ich hatte wirklich viel zu tun und jetzt geht es langsam so wieder los mit YouTube. Zu dem Videodreh von Canon kommt übrigens noch ein Making-of, das wird in den nächsten Wochen irgendwann online kommen. Weiter geht es dann auch bald mit der ARRI-Serie und mit dem Filmmaking-Business-Format. Da habe ich auch schon eine weitere Folge aufgenommen, die noch fertig geschnitten werden muss. Das dauert einfach noch ein paar Tage, aber dann kommt die auch, wie gesagt, bald online und dann eben auch wieder relativ regelmäßig Videos. Ja, im Intro hatte ich schon angekündigt, dass ihr was gewinnen könnt. Zum einen könnt ihr einen von drei DVD-Lernkursen über die Panasonic GR5 gewinnen. Ich habe ja diesen sehr ausführlichen GR5-Lernkurs aufgenommen. Das war schon im Februar oder März. Der ist dann im Mai veröffentlicht worden und jetzt werden wir einfach mal so ein paar Stück davon verlosen. In dem zweistündigen Kurs gehe ich so alle relevanten Einstellungen zur GR5 durch. Zum einen, wie personalisiert man sich die Kamera so, dass man damit am besten arbeiten kann. Die Filmeinstellungen gehe ich natürlich alle noch durch und noch so ein paar, ich sage mal, Geheimtricks und generell so Tipps und Tricks. Außerdem gibt es noch Bonus-Lektionen, wo es dann allgemein um das Thema Filmen geht. Da gebe ich auch noch mal so ein paar Tipps. Wie gesagt, der Kurs geht zwei Stunden lang, ist wirklich sehr ausführlich und jeder mit einer Panasonic GR5 wird damit wahrscheinlich so seine Freude haben. Das ist die eine Sache, die ihr gewinnen könnt, also eins von drei Exemplaren, die verlost werden. Dann verlose ich noch einen 200 Euro und einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Und alles, was ihr davon machen müsst, ist wie immer einfach einen Kommentar unten reinzusetzen. Und das Ganze wird dann nach einer Woche ausgelost mit so einem YouTube-Random-Comment-Picker. Und die Gewinner werden dann als angepinnter Kommentar hier bei YouTube und aber auch bei Instagram bekannt gegeben. Schaut auf jeden Fall nach, ob ihr gewonnen habt. Beim letzten Gewinnspiel war es schon wieder so, dass sich der Gewinner dann einfach nicht gemeldet hat. Deshalb schaut bitte auf jeden Fall nach, wenn ihr schon beim Gewinnspiel mitmacht. Guckt wenigstens nach, ob ihr auch gewonnen habt. Genau, das war es eigentlich auch schon zu diesem Video von mir. Also wie gesagt, bald geht es wieder los, relativ regelmäßig mit YouTube-Videos. Ich wünsche allen Teilnehmern beim Gewinnspiel viel Erfolg und viel Spaß. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.